Hallo, wir haben euch heute das Spiel Zielwerfen mitgebracht. Dafür braucht ihr ein paar Socken, die mit Sand gefüllt sind, damit ihr sie gut werfen könnt. Außerdem braucht ihr einen Kreis, den könnt ihr mit Seilen auslegen oder natürlich auch mit anderen Gegenständen. Ein Treffer in den inneren Kreis gibt drei Punkte, in den mittleren zwei und in den äußeren einen Punkt. Das spielt ihr solange, bis alle Spieler ihre Socken in den Kreis geworfen haben. Anschließend geht ihr die Punkte zählen. Wenn ihr alle gleich viele Punkte habt, dann geht es in die nächste Runde. Wenn eine Person am wenigsten Punkte hat, dann muss diese eine Strafe machen. Zum Beispiel Kniebeugen, Hampelmänner, Burpees, worauf der Gewinner Lust hat. Das kann sich dann die Person aussuchen. Viel Spaß! Spannender Schläge Wenn dann schweBC Untertitelung des ZDF, 2020